Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights in den aktuellen S04 News. Gegen Saarhausen konnten wir mit 5 zu 2 gewinnen und das, obwohl unter Top-Torchschutz Simon Teraude ausgefallen ist und seit er verletzt ist. Trotzdem natürlich ist es ein Ritt auf einer sehr, sehr dünnen Klinge. Nur mit Marvin Pieringer und Marius Bülter dann eben zu planen, sollte ein Teraude mal ausfallen. Und auch deswegen will man im Winter nachlegen. Aktuell ist ja generell noch fraglich, wie lange der 33-Jährige uns fehlen wird. Zwischen, er ist gegen Pauli Wiener mit dabei und er fällt dieses ganze Jahr noch aus, gibt es ganz viele Meldungen und ganz viele Möglichkeiten, deswegen schwer vorherzusehen, wann Simon Teraude wieder Top-Fit sein wird. Was aber durch seinen Ausfall noch einmal gemerkt wurde, ist einfach, dass uns offensiv die richtig guten Alternativen fehlen. Marius Bülter ist gesetzt, daneben hatte man nun nur eine einzige Möglichkeit und das war Marvin Pieringer. Sicherlich hat er kein schlechtes Spiel gemacht gegen Sandhausen, aber vor allem auch gegen die nächsten Gegner. Sankt Pauli, Nürnberg und den ASV wichtig zeigen, wie sehr Teraude denn dann wirklich fehlt. Aber auch unabhängig von seiner Verletzung will man auf Schalke im Winter einen neuen Stürmer verpflichten. Das vermittelt die Bildzeiten. Ruben Schröder hat sich nun dafür entschieden, da nochmal nachlegen zu wollen. Einen konkreten Namen wird bislang noch nicht gehandelt, aber Fakt ist, Schalke möchte im Winter, sprich in einem guten Monat, auf dem Transfermarkt aktiv werden, einen Stürmer holen. Im Sommer war ja schon Yuma Suzuki ein Gerücht, ein Spielertyp, der für mich so ein bisschen eher in die Richtung Marius Bülter geht. Dessen Transfer ist ja kurzer Schluss geplatzt. Jetzt hat sich zwischendurch mal ein Dennis Undorf selber ins Gespräch gebracht, ein Top-Torjäger, der aber vielleicht gar nicht so realistisch ist oder gar keine Option ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sicherlich die Ruben Schröder abklopfen wird. Ich gehe stark von einer Laie aus, aber wer genau am Ende der Stürmer sein wird, das steht doch nicht fest. Aktuell ist es auch noch Zukunftsmusik, weil jetzt sind erstmal drei Spiele anstehend, die sehr, sehr schwierig wären. Und das auch ohne vielleicht Simon Terodde. Sprich, da sind Marvin Piring und Marius Bülter als Sturm-Duo ähnlich gut verlangt wie gegen Sandhausen. Eure Meinung dazu und vielleicht auch eure Stürmer-Ideen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.